Hallo liebe Kinder, schön, dass ihr dabei seid bei Ellas Märchenstunde. Heute erzähle ich euch die Geschichte der Grabhügel. Ich wünsche euch viel Spaß, eure Ella. Der Grabhügel Vor langer, langer Zeit lebte einmal ein Bauer, der alles hatte. Und jeden Abend schaute er sich seinen Reichtum an, sein Hab und sein Gut, um dann wohlgefällig ins Bett zu gehen und einen traumlosen Schlaf zu schlafen. Eines Abends war es wieder soweit und er ging seine Runde. Zuerst durchquerte er den Garten und sah die prachtvollen Obstbäume, deren Obst in vollstem Gedränge an den Ästen hing und die Baumäste schon schwer werden ließen. Das Gemüse im Garten stand voll in seiner Pracht und wartete nur darauf, gepflückt und gegessen zu werden. Dann ging er in die Stallungen, da warteten schon die schweren Ochsen und die runden Kühe auf ihn. Die Schweine grunzten ihn an und ihre dicken Schenkelchen sahen schon zum Anbeißen lecker aus. Die Pferde im Stall waren gut genährt und gestriegelt und die Hühner und Gänse waren alle gut gemästet und sie waren ihrer nicht sicher, ob sie Weihnachten überleben werden. Über den Stallungen war der Kornboden und die Decke bog sich schon durch. So viel Korn hatte der Bauer dieses Jahr eingefahren. Dann ging er in die gute Stube. Dort war es kuschelig warm, denn das Feuer loderte in einer Ecke und es fehlte ihm an keinem Abend an Holz, um es nachzulegen, so, dass er nicht frieren musste. So nahm er sich dann seine große Metallkiste aus seinem Schreibtisch, schloss sie auf und zählte seine Taler. Er war stolz darauf, so viel Geld zu haben, denn das gab ihm ein gutes Gefühl und Zufriedenheit. Nun wollte er sich gerade in seinem Gefühl wälzen, wie gut es ihm doch ging, und dass es ihm an nichts fehlte, da klopfte es. Doch es klopfte nicht an seine Türe. Es klopfte an sein Herz und eine leise, feine Stimme fragte ihn. Sag mir, Bauer, wie viel von deinem Hab und Gut hast du den Deinigen gegeben? Hast du jemals deinen Reichtum mit den Armen geteilt? Hast du den Menschen von deinem Reichtum was gegeben, die nicht zu viel haben, die hungern müssen oder vor Kälte frieren müssen? Hast du jemals dein Brot oder deine Holzscheite geteilt? War dir dein Reichtum, deine Güter, dein Vieh, die Fülle an dein Obst und Gemüse jemals gut genug oder wolltest du immer mehr davon haben? Das Herz ließ nicht lange auf seine Antworten warten. Ich habe niemals was den Meinigen gegeben, denn ich war hart und ungerecht und meinte, dass alle Menschen nur Räuber, Diebe, Betrüger und Talunken wären und sich auf meinem Hab und Gut ausruhen wollten. Ich habe auch niemals mit den Armen geteilt oder was von meinem Brot oder Holz abgegeben. Mein Reichtum, meine Güter, mein Vieh, die Fülle an mein Obst und Gemüse waren niemals gut genug. Ich wollte immer mehr haben. Nie war es mir genug. Der Bauer erschrak, als er die Stimme seines Herzens vernahm. Seine Knie fingen an zu zittern. Der Schweiß stand ihm auf der Stirn und sein Atem ging ganz schnell. Er musste sich erst einmal setzen. Dennoch wusste er, sein Herz hatte Recht. Es war die reine Wahrheit. Er war ein sturer, egoistischer, ungerechter und geiziger Bauer. Da klopfte es wieder einmal. Und der Bauer erschrak ein zweites Mal. Doch dieses Mal klopfte es an seiner Türe. Es war der Nachbar, der im Winter seine Frau verloren hatte und nun mit seinen Kindern alleine war. Er hatte nicht so einen großen Hof, wie unser Bauer einen hatte. Er war arm und seine Kinder hatten Hunger. Normalerweise würde er niemals zu seinem reichen Nachbarn gehen und ihn anbetteln. Doch seine Kinder werden krank. Das wusste er, wenn sie nicht bald was zu essen bekommen würden. So nahm er seinen Mut, sprang über seine Eitelkeit und ging zu seinem reichen Nachbarn, den Bauern, um ihn um Hilfe zu bitten. Der Bauer machte nun die Türe auf und da stand das dünne Männchen vor ihm, abgehungert und ganz blass. Der Nachbar nahm sofort seinen Hut vom Kopf, als der Bauer die Tür aufmachte, drehte ihn verlegen in seinen Händen und fing an zu sprechen. Lieber Nachbar, ich weiß, ihr seid kein großer Gönner von Menschen, die an eurer Haustüre klopfen und um Hilfe fragen. Doch weiß ich nicht mehr ein und aus und meine Kinder werden krank und müssen sterben, wenn sie nicht bald was zu essen bekommen. Ich bitte euch, leiht mir vier Scheffel Korn. Ihr werdet es auch wiederbekommen. Der reiche Bauer sah den Nachbarn lange an. Der Nachbar wusste nicht, wie ihm geschieht, denn der Bauer redete nicht mit ihm. Er starrte ihn nur an und sagte nichts. Da räusperte sich der Bauer, denn er merkte, wie in sein Herz Wärme fuhr, und die Kälte, die bislang sein Herz umgeben hatte, langsam zu schmelzen anfing. Da fing er an zu sprechen. Dem Nachbarn war nun alles egal. Ihm war nur wichtig, dass seine Kinder bald was zu essen bekamen und sie wieder zu Kräften kommen. Wenn ich tot bin, sollst du drei Nächte auf meinem Grab wachen. Dem Nachbarn wurde unheimlich zumute. Doch weil er sich in so großer Not befand, willigte er ein, nahm das Korn, was der reiche Bauer ihm gab, und ging nach Hause. Schon bald trug es sich zu, dass der reiche Bauer eines Tages plötzlich tot umfiel. Niemand konnte es sich erklären, stand er doch in voller Gesundheit. Doch niemand trauerte um den reichen Bauern. Nur dem Nachbarn fiel das Versprechen wieder ein, was er dem reichen Bauern gegeben hatte. So ging er am Abend nach der Bestattung zum Friedhof und setzte sich auf das Grab vom reichen Bauern. Die Nacht war mild und in der Ferne konnte der Nachbar das Kreuzchen rufen hören. Später in der Nacht kam die Katze vorbei und schnurrte an sein Bein entlang, ging dann aber wieder ihres Weges. Gerade als die Sonne aufgehen wollte, fing der Hahn an zu krähen und der Nachbar stieg vom Grab hinab und verließ den Friedhof. In der zweiten Nacht trug es sich ähnlich zu. Die Nacht war mild und kaum Geräusche waren zu hören. Die Nacht lag still und schweigend vor ihm. Am Tag vor der dritten Nacht ging es dem Nachbarn schon mulmig zu. Er spürte, irgendetwas wird in dieser Nacht geschehen und hoffte, dass die Nacht nur schnell vorbeiging. Als er zum Friedhof ging, spürte er schon eine Eiseskälte in der Luft. Es fröstelte ihm und als er auf den Friedhof kam, da sah er einen fremden Mann stehen. Er ging direkt auf ihn zu und sah, dass er ein narbiges Gesicht hatte, klare, kalte Augen. Sein Körper war mit einem langen Mantel bedeckt und seine Reitstiefel schauten unter seinem Mantel hervor. Was machst du hier? fragte der Nachbar den fremden Mann. Fürchtest du dich nicht, des Nachts auf dem Friedhof zu sein? Was soll ich mich fürchten, wenn ich keine Furcht kenne? sagte der Fremde. Wovor sollte ich Angst haben, wenn mir nichts Angst macht? Ich bin Soldat, ohne Sollt und ohne Arbeit. Ich suche einen Platz zum Schlafen, denn ich habe kein Heim und muss mir jede Nacht einen neuen Schlafplatz suchen. Wenn ihr keine Angst habt, so sprach der Nachbar, dann bleibt bei mir heute Nacht und bewacht mit mir zusammen den Grabhügel vom reichen Bauern. Bewachen, das kann ich gut, antwortete der Soldat, denn das ist die Arbeit eines Soldaten. Ich werde mit dir hier die Nacht verbringen, auf dem Grabhügel des reichen Bauern. Und was auch kommen mag, ob Gutes oder Böses, das werden wir gemeinsam erleben und niemand soll alleine sein. So ging alles ruhig in dieser Nacht, bis die Kirchenglocke Mitternacht schlug. Da plötzlich hörten sie ein gruseliges Pfeifen in der Luft und eine Wolke umhüllte das Grab. Doch beide blieben still auf dem Grab sitzen. Als sich die Wolke verzogen hat, stand der Teufel vor ihnen und rief, »Was sitzt ihr da auf dem Grab von den Bauern? Ich will ihn holen, damit er in der Hölle schmoren kann. Und wenn ihr nicht sofort Platz macht, dann nehme ich euch als Geschenk mit.« Da stand der Soldat auf, blieb aber auf dem Grab stehen und schaute den Teufel direkt in seine roten Augen und erwiderte, »Was willst du, Teufel? Willst du uns Angst machen? Du bist weder mein Hauptmann noch irgendjemand, der mir Befehle zu erteilen hat. Ich brauche euch nicht zu gehorchen und das tun, was ihr von mir verlangt. Denn das Fürchten habe ich nicht gelernt. Also werden wir hier so lange sitzen bleiben, solange es uns gefällt.« Der Teufel war sprachlos, ist ihm sowas noch nie untergekommen. Aber der Teufel wäre nicht der Teufel, wenn er nicht wüsste, wie er die Beine überreden könnte. So säuselte er mit seiner nettesten und liebsten Stimme, »Ach, ihr Beinen, ihr wollt wohl gern ein Spiel mit mir treiben. Ich gebe euch einen Beutel voll Gold und ich lasse euch in Frieden und ihr geht damit nach Hause.« Doch der Soldat, der die Hinterlistigkeit des Teufels erkannte, sagte geschwind, »Mit Gold könntest du uns hier schon wegjagen, das stimmt wohl. Doch geben wir uns nicht mit einem Beutel zufrieden. Es sollte schon so viel sein, wie hier in mein Stiefel reinpasst. So werden wir dann unseren Platz verlassen und du kannst mit dem Bauern machen, was seine gerechte Strafe ist.« »So viel Gold habe ich nicht bei mir, das muss ich erst besorgen,« sagte der Teufel. »Na, dann tu das mal, wir laufen dir hier schon nicht weg,« antwortete der Soldat daraufhin. Kaum war der Teufel gegangen, zog der Soldat seinen Stiefel aus, holte ein Messer aus seiner Tasche und schnitt dem Stiefel die Sohle ab. Den Stiefel stellte er aber so geschickt an den Rand einer Grube, die im Dunkeln und in dem hohen Gras nicht zu sehen war. Dann kam der Teufel zu den beiden Grabwächtern mit einem großen Beutel Gold zurück. Der Soldat lachte laut auf und sagte, »Hahaha, naja, du bist ja ziemlich knauserig, dein Beutelchen wird für meinen Stiefel nicht reichen, schütte deinen Beutel hier mal hinein!« Der Teufel machte seinen Goldbeutel auf und schüttete alles Gold, was in diesem enthalten war, in den Stiefel. Doch was der Teufel nicht merkte, war, dass das ganze Gold durch die Sohle in die Grube fiel. Der Soldat schaute den Teufel an und sagte zu ihm, »Na, schau dir diese Katastrophe an! Du bist ja noch geiziger, als der Bauer zu Lebzeiten war! Auf dessen Grab wir jetzt hier sitzen! Ich kann dir nur eins sagen! Den Bauern hast du dir noch lange nicht verdient! Geh und hole noch mehr Gold!« So ging der Teufel los und holte noch mehr Gold. Nach einiger Zeit kam er mit einem großen Sack wieder, öffnete diesen und schüttete alles Gold in den Stiefel des Soldaten. Dann schaute er in den Schaft des Stiefels und was er sah, war, »Nichts!« »Das gibt es doch nicht!«, schimpfte der Teufel. »Was hat er nur für durchtrainierte Waden, dass der Stiefel ihm ein ganzes Gold verschlingt!« »Ha! Was glaubst du denn?«, sprach der Soldat zum Teufel. »Glaubst du, du hast es hier mit einem schmächtigen Soldaten zu tun? Seh zu, dass du noch mehr Gold holst, sonst wird es nichts aus unserem Geschäft!« Nach einer Weile kam der Teufel wieder. Er ächzte und stöhnte unter dem Gewicht des Goldsackes, den er nun bei sich trug, schüttete den ganzen Sack in den Stiefel, schaute hinein, doch der Stiefel blieb leer. Da wurde der Teufel wütend, schnaubte vor sich her und schrie, »Du, spiel, spiele mit mir! Das wird dir teuer zu stehen kommen! Dir werde ich es zeigen!« Er griff zu dem Stiefel, wollte dem Soldaten den Stiefel gerade aus der Hand reißen. Da leuchteten die ersten Sonnenstrahlen aus dem Himmel und trafen den Teufel. Der aber schrie und wehrte sich gegen die Sonnenstrahlen und dann ganz plötzlich löste er sich in eine große, rote Wolke auf und floh vor der Reinheit der Sonne. Der Soldat und der Nachbar vom Bauern schauten sich an und der Soldat war der Erste, der seine Stimme wiederfand und sprach, »Nun gut, die arme Seele vom reichen Bauern wurde damit gerettet, haben wir doch ein gutes Werk getan!« und klopfte dem Nachbarn freundschaftlich auf seine Schulter. Die beiden standen vom Grab auf und sahen den großen Reichtum an Gold, was in der Grube lag. Der Nachbar konnte sein Glück kaum fassen und sprach zum Soldaten, »Ich danke dir für deinen Mut und dass du mir gezeigt hast, dass man seine Furcht nicht leben braucht, wenn man an seinen Mut glaubt. Komm, lass uns das Gold teilen, was wir erhalten haben!« Doch der Soldat sprach, »Ich brauche keinen Reichtum und kein Gold. Mir genügt ein Dach über dem Kopf, ein warmes Essen und gute, liebe Menschen um mich herum. Verschenke meinen Anteil an die Armen.« Worüber ich mich aber freuen würde, ist, wenn ich bei dir wohnen dürfte und dich bei deiner Arbeit unterstützen kann. Das würde mich reicher, wohlhabender und glücklicher machen als so manchen Menschen, der seinen Keller voll Gold hat. So kam es, dass der Soldat eine Kammer beim Nachbarn bezog, er ihn bei seiner Arbeit half und sie gute Freunde wurden und wussten, dass sich der eine auf den anderen immer verlassen konnte. So, liebe Kinder, das war die Geschichte der Grabhügel. Ich hoffe, diese Geschichte hat euch gefallen. Liebe Grüße, eure Ella. Die arbiters wie sich der Wasser vallege